Jo moin Leute, herzlich willkommen mit dem Sprintrennen der Fummel 2 aus Barcelona, Spanien Predictions. Los geht's heute um 17.30 Uhr live auf Sky Sport F1. Das Sprintrennen gewinnt Ayumu Iwaza. Herzlichen Glückwunsch! Dahinter Dennis Hauger. Dritter wird Markus Amsturm. Dahinter Liam Lawson und Cheyenne Tarouwala. Sechster wird Logan Sargent. Dahinter Theo Boucher. Dann wird Achter Filippo Drogovic und Achter Filippo Drogovic. So, das war's vom Sprintrennen der Fummel 2 aus Barcelona, Spanien mit dem Predictions. Saison 2022. So lassen, like da lassen, aber da good ways. Ciao.